Euch erwartet natürlich eine sehr, sehr vielseitige Ausbildung. Ihr seht vor allem tiefe Einblicke im Marketing, im Vertrieb, im Einkauf und sämtlichen Abteilungen. Und ihr habt auch den Überblick von der Produktion, vom Wareneingang der Rohhilfs- und Betriebsstoffe, über die Produktion der Fahrzeuge bis hin zur Auslieferung der Fahrzeuge. Generell hast du die Möglichkeit, als Auszubildender durch gute Leistungen aktiv im Tagesgeschäft mitzuarbeiten und somit auch einen positiven Beitrag zum Umsatz mitzuleisen. Kögel hilft vor allem bei den kaufmännischen Auszubildenden gut zu sein, indem es bei den Abteilungswechseln immer Feedbackgespräche gibt. Die Feedbackgespräche sind immer alle drei, vier Monate. Sprich, nach jedem Abteilungswechsel erhältst du von deinem Abteilungsleiter oder von den Kollegen einfach ein Feedback, eine Beurteilung über deine Leistung, die du in der Abteilung gebracht hast. Nach eurer Ausbildung, wenn ihr bei Kögel anfängt, passiert euch eine hundertprozentige Übernahmequote. Ihr werdet immer übernommen und ihr könnt auch euch für die Wunschabteilung bewerben, sofern da ein Platz frei ist und bekommt den auch. Ihr habt somit auch einen sehr, sehr guten Einstieg im Berufsleben und könnt somit eure Stärken eben auf jeden Fall weiterentwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017